Ein Taxichauffeur, ein hübsches Mädchen, ein gut gekleideter Geschäftsmann, ein paar sportliche Typen. Sie alle wirken absolut harmlos, aber es sind die gefährlichsten Menschen, denen sie je begegnet sind. Sie sind der Blitzmob. Sie fragen nicht für wen oder was sie es tun. Sie fragen nur nach dem Preis. Der Blitzmob, die Organisation. In den Hauptrollen Volkmar Lange als Imperator. Er war der Beste im Eliminieren von MCs. Sie werden ein Krüppel bleiben. Fünden Sie sich damit ab. Doch dann verschwand der Weltraum. Doch nicht wieder zu unserem Verein zurück. Daniel Stiebuga als Pedro Bladierder. Ich habe hier was zu sagen. Sie waren Partner. Sind Sie Mitglied der Organisation? Sie waren Freunde. Bis man ihnen ein besseres Angebot machte. Jetzt bist du pensionsreif. Michael Ritt als Captain Future. Der Mann, der die Zukunft schon morgen kennt. Robert Möller als T-Tex-Law, der Boss von T-Promotion. Der CIA trägt 11% unserer Gesamtkosten. Einer Privatfirma, die Spezialagenten auf BMX-Rähren ausbildet. Achtung, Achtung. Der Besitzer des Wagens für den Kennzeichen 1, 4, 5, 8 wird gebeten, seinen Wagen wegzumachen. Detlef Rigg als Rigski, der Reimexperte. Die behaupten, ich wäre ein Psychopath. Positive Limits. Bochum. Ein netter Girl. Ich war davon überzeugt, dass das, was wir machen, wichtig ist. Ich bin's immer noch. Das A-Team. Verrückte Pazifisten, die auch vor Gewalt nicht zurückschreiten. Wo bleibt die Moral, wenn man nicht mal seinen besten Freund in die Luft jagen darf? Sebastian Greenberg als SPG. Ein als französischer Botschafter getarfter Agent in New York. Was für den Walsch kann ich dann? Fredrik Haar als Torch. Kopf eines Heidelberger Chemiekonzerns. Wir starten hier gleich ein Hölz-Spektakel von Hans und C.L. Charlie. SDF, ein bassbesessener Fernsehmoderator und zweifelwege in die Hautegge. Was sehen Ihnen das nicht, dass der deutsche Fußball wieder sauber ist? Komm, bring mir den Öl vom Platz. First Down, Sechstopper get North Bright. James, ich brauche dich. England? Oh. Russell D. Cole als King Grant. Tell me, how do you like Germany so far? Anführer einer 40-köpfigen Räuberwandel in New York. Nils Robicki als Storm. Selbst der Kfad haben nicht mehr weibische Fans. Der Typ, den ich kennengelernt habe, dieser Breakdance. Ihre Loyalität gehört dem, der am besten zahlt. Sie sind alle Idealis? Sie sind der Blitzmob. Mann, das bringt eine Menge Kies. Das brauchst du mir nicht zu sagen.